Ok, hier bin ich ein neues Turnier gegen Griechenland. Ok, Griechenland. Ok, nochmal gucken. Griechenland, ja, Griechenland. Ok, er hat eine schlechte Verbindung. Schauen wir mal. Spanisch, ok, ich greife den Verteidiger an. Ich greife an, er verteidigt, ich greife den Verteidiger an. Aha. Ah, kenne ich. Ok. Ah, muss ich gewinnen, aber ich bin 368 Elo besser. Also muss ich aggressiv spielen. Kann mir nicht erlauben. Prämie zu spielen. Er hat nur 1000 Elo. 1000 so eine komische, glatte Zahl, ne? Ok. Kannst du machen, ja? Kannst du machen. Echt? Ok. Ok. Machen wir mal so rum. Den nehmen wir nachher unter Feuer. Ach, mein Wickel. Und dann können wir jetzt gleich unter Feuer nehmen. Dann könnte er zurück. Ok. Ok, 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 ok. Da kann ich vor. Ok. Da kann er noch hinhüpfen. Hüpft da ganz zurück. Ok. Da kann ich vor, da kann ich zurück. Ah, gut, ja, da kann er noch hinhüpfen. Hüpft da ganz zurück. Ok. dann könnte ich mit entwicklung nehmen dann noch besser ja gut ich nehme mit entwicklung so gut der springer schon mal wieder zurück ein bisschen entwicklung zurück und seine zeit läuft ab das spricht gegen ihn mach du mal darum wieder noch mal angreifen ich gehe zurück greift wieder den punkt an echt es öffnet mir aber die linien und zu machen ja ganz zu machen ja nicht sicher ob das so gut ist okay gut da kann ja einiges davor werfen das können wir daraus machen was draus machen die decken sich gegenseitig kann man nicht angreifen das bringt nichts dann angriff auf die dame wirklich eine schlechte verbindung weiß immer rein raus rein raus ok die dame wasser blöd dass er macht aus fliegt das tut mir leid kann keine rücksicht nehmen auf irgendwelche komischen verbindung wenn wir den da machen ich bin ja im schach ok ich bin ja im schach ok da raus ok da bin ich okay